Oh, seht euch diese kleinen Lichter an. Oh, diese kleinen Lichter. Die werden vom Licht angezogen. Ah, jetzt, Mario, du kannst jetzt diese Lampe hier, wo ich jetzt stehe, die Lampe, siehst du die Lampe, wo ich draufstehe, die kannst du nehmen. Die Glühwürmchen folgen dieser Lampe und die Pflanze frisst dann die Glühwürmchen auf. Oh nein. Doch, aber da können wir rüber. Ja, na und? Warum die Glühwürmchen? Daneben. Lass jetzt los. Lass los. Sieh mal. Scheiße. Hä, wieso kann die zweimal fressen? Achso, du bist ja tot. Warte, ich hol dich zurück. Ja, aber da ist genau dieser Teil hier. Na, geh da weg. Geh da weg. Alter. Stopp. Ich hol dich mal zurück. Yay. Und da ist der Mario wieder. Endlich. So. Komm. Jetzt schaffen wir es aber. Du gehst voraus. Ey, die frisst das nicht. Ja, du musst es loslassen. Ja, geh mal zu den Glühwürmchen mit dem Licht. Genau. Und jetzt zur Dingens. Nicht so schnell. Ach was. So, und jetzt? Gib's ihm. Genau. Glühwürmchen. Glühwürmchen. So. Und jetzt muss, muss trotzdem nicht deine sterben. Wir schaffen das auch so. Oh. So, und jetzt nehmen wir das hier. Ding ist ein bisschen schleudern. Und wir haben ein Level Up, sehe ich gerade. Mach ich aber gleich. Hast du auch ein Level Up? Wenn ich ein Level Up habe. Level Up habe. Ich habe das jetzt nicht gesehen, dass dein Level Up kam. Also musst du selber auch welche einsammeln. Okay. Boah, fetter Sack. Spring einfach. Ja, er hat es geschafft. Der will es einfach nicht schaffen. Drauf? Nein. Warte. Jetzt mal mit. Äh. Nein, ich bin tot. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter. Da kommt schon irgendwann ein Checkpoint. Abendessen sollen, als nur einen Apfel. Ähm. Fuck. Äh, Mario, ich bin jetzt Pontius und komme nicht drüber. Oh, ich sterbe! Drei, zwei, eins. Jetzt kommst du, glaube ich, zu mir, ne? Nö. Warum? Was machst du da gerade? Warte, ich lasse mich mal sterben. Ja. Und dann komme ich einfach zu dir. Ist da irgendwo ein Speicherpunkt, Mario? Nein, da sind ganz viele Goblins. Irgendwo muss ein Speicherpunkt sein. Ja, warte. Ja, warte hier. Okay. Ah, meine Maus ist falsch rum. Egal. So, nach der Reihe. Da, wir haben es geschafft. So, ich schau mal, was ich jetzt upgraden kann. Hm, Feuerschwert. Warte mal, machen wir mal, dass der hier wegfallt. Äh. Ja, das ist alles so geil, ne? Hm. Warte mal, zurücksetzen. Feuerschwert-Upgrade kaufen. Ah, dass es nicht noch mehr Fähigkeiten gibt. Noch mehr! Noch mehr! So, okay, lassen wir es mal so. Hä? Ich kann jetzt auch Feuerpfeile mit Soja machen. Die sehen dann so aus. Aber zuerst müssen wir jetzt irgendwie da rüber kommen, ohne... Ich glaube, du hast es da falsch rumgegeben, Mario. Ja, ich wollte einfach nicht so richtig... ...magnetisiert. Jetzt muss es passen. Ja, es geht immer wieder zurück. Warte, in meine Kiste. Einfach auf meinen Kopf. Ja, natürlich. Aha. So. Einfach weiter, so. So, kein Ding für uns, ja. Ist da unten was? Ich glaube schon, ne? Ja, da ist was. Das ist eine Pflanze wahrscheinlich. Nix ist da, nix ist da. Willst du mich verarschen? Einmal einen Hebel. Und da müssen wir eine Kiste hin tun. Warte, ich stelle mich mal da hin. Lass mal los. Nee, nicht da, nicht da. Unter, unter diesen. Warte mal. Ich mach mal so. Und jetzt... Nein, 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 nein. Hier. Ähm. Ich sag mal einen Stopp. Stopp. Ein bisschen weiter des Unteren nach rechts. So. Jetzt passt eigentlich. Nein, es passt nicht. Ich bin nicht am Kopf zu sehen. Och, Mario. So, nochmal. Warten. Und jetzt. Genau. So. Jetzt müssen wir wieder wieder da hochkommen. Och, 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 och. Och, 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 och. Und, och, och. Und, och. Eins zu wenig. Natürlich war klar. Schau mal, wie der Baum mich verfolgt, dass er mit den Augen... Ja. Voll creepy. Der denkt, dass du hässlich bist. Alter. Was ist das denn für einer? Was für eine Twitch, ey. Die will ich ja gleich in meinen großen Maul stecken. Yes, geschafft. Diese Grube ist voll von diesen Monsterpflanzen. Mach die Augen zu und stell dir vor, es war der Jahrzehntel. Geschafft. Ach. 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 Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Nein. Ich bin ein super Typ. Lalalalalala. Ich schicke euch alle die Fragen vor. Wechsel doch. Achso, geht ja nicht. Ich... Der ist ja tot. Los. Werdet alle gefressen. Ja. Los. Fress sie. Fress. Ja. Fress. Fress. Pflanze. Fress. Du. 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 Komm. Werd gefressen. Werd gefressen. Ja. Werd gefressen. Ja. Ja. Alter. Wie ich da... Wie ich da hochgeschafft hab, ne? Aha. Und die Gedanken sind. Uh. Boah. Ich hab's doch gut geschafft. Na. Wir kommen gut voran. Wir kommen... Wir sind schon lange nicht mehr gestorben. Ja. Also Game Over gegangen. Bis auf den Anfang vom... Auf den Session. Oh, hier kann man wieder was lesen. Oh. Herzlichen Glückwunsch zum Gebäude. Oh, schon wieder die Lesben. Für die Rosen. Ich möchte früh zu Bett gehen. Du hast so viele Tanzkarten, aus denen du wählen kannst. Ich glaube, dir werden deine Füße morgen ganz schön wehtun. Hahahaha. Hahahaha. Nicht nur die Füße werden dir wehtun. Hahahaha. Ganz viele andere Dinge auch. Hahahaha. Ich... Ach, die Stelle ist auch crazy. Werd ich mal. So. Geh einfach rüber. Ach. Bist du so schwer. Hahahaha. 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 So, und ich muss jetzt auch irgendwie rüber kommen. Ich schaff's aber nicht. Ich sterbe. Mach mal den Dings auf. Mach mal nochmal den Hebel, sodass das aufgeht. Dann mach ich hier ne Kiste drunter. Ähm, ne, da musst du keine Kiste, sondern, ähm, wenn's geht, ähm... Ich kann das Tor nicht aufhalten. Ne, sondern so, so, so ne Dingens. Langes Teil halt hinmachen. Da? Das ist da. Ne, 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 ähm, da wo das Wasser fließt. So weit kann ich gar nicht mehr. Ja, komm halt zurück. Jetzt bist du nicht da unten. Nein, du bist nicht tot. Du bist nur runtergefallen. Da, wo muss das jetzt hin? Da, wo dieses Gestein ist. Mach mal so ne Kiste und ne Plattform hin. Gestein? Das da? Nein. Nein, nein, nein. Lass mich mal zum Zauber darüber. Nein. Doch. Alter. Ah, okay, ich weiß wie das funktioniert. Oh ne, falsche Richtung. Du weißt es nicht, Mario. Lass mich zum Zauber darüber. Los. Los. Nein, nein. Ey, warum unterricht dich das Ding nicht? Mario, verstehst doch, du kannst nichts. Komm schon, du bist Ding. Da geh ich halt drüber. Da musst du das alleine machen. Ne, so fies bin ich auch nicht. Los, geh rüber. So. Doch floss das Wasser in die falsche Richtung. So. Aber es war nichts, was man nicht mit einer Kiste und einem Brett lösen konnte. Genau, das meinte ich ja. Eine Kiste und ein Brett. Aber nein, Mario. Ich bin noch runtergefallen. Oh, hier geht es noch weiter runter. Erfahrungspunkte gesammelt. Oh, hier nehmen wir hoch. Warte doch. Probier mal, das Tor bleibt offen. Auf irgendeinem Grund. Oh. Hallo Spinnen. Wie geht es euch? So, geht es da weiter runter? Sieht so aus. Oh. Schau mal die Arsch an. Oh. Ich rette dich, Spinne. Ich rette dich. Oh Gott. Mario, der Tierretter. Bitte. Wurde entflammt. Warte mal, Mario, hier. Warte. Ja. Geh mal runter und hol dir die Erfahrungspunkte dann. Warte. Geh mal runter und hol dir die Erfahrungspunkte. Wie soll ich die denn? Ach so. Ja, weil da unten welche sind. Fragezeichen, Fragezeichen. So. Jetzt selber kann. Stell dich mal darauf. Ups. Doch nicht. Nein. Jetzt bin ich runtergefallen. Die Gedanken. Okay, ich höre auf mit dem Lied. Bin ich überhaupt auf das Lied gekommen? Ich weiß es nicht. Und sprung, und sprung, und sprung, und sprung, und sprung, und sprung. Ja, und gestorben. Scheiße. Okay, das muss jetzt besser. Bald eine Welle Blume. Jetzt musst du es schaffen. Jetzt gehen wir game over. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Nein, absolut nicht. Oh, einmal schon getroffen worden. Pass auf. Pass auf. Ja, jetzt, 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 jetzt. Ja, ja, ja. Komm schon, Speyerpunkt. Vorne. Aber jetzt kommt wieder Gegner. Und die bewegen, ja. Warte, ich kann das hier. Oh. Nach unten bewegen. Los, flieg runter. Flieg runter. Warte, ich kann mich doch auf dem, genau. Und jetzt geh hoch mit dem. Warte mal. Und hoch. Schwack. Warte mal. Es schwebt. Jetzt. So. Willst du da mal rein? Ähm, nein, es schwebt nicht, sondern es ist an den Stacheln da oben befestigt. Ah, ich sterbe. Ich sterbe! Ich sterbe! Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja, ja. Komm her. Wir brauchen jetzt nämlich die zwei Holzröhre, weil die werden nicht kaputt, also die gehen nicht kaputt beim Teil. Ah, okay. Und dann kann man auf die zwei Holzröhre eine Kiste machen. Komm mal, du schieb, schieb. Ganz altmodisch. Ich will nicht zerspaltet werden. So. Wenn das jetzt kaputt geht, ne? Jetzt brauchen wir noch ne Kiste. Genau. Wie ich es hochgeschafft habe. Eine dumme Kiste. Ah. Pass. 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 So. Und noch ein. Und noch ein. So. Oh nein! Was? Warum sind die jetzt hochgeflogen? Mario, ey. Jetzt. Und zack. What the... Nein, nicht schon wieder. Können wir den besiegen? Nein! Dann halte ich mit Feuer ab. What the hell? Ich bin tot. Geil zu mir. Niega! Scheiße, die war auch so. Scheiße! 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 Ich töte ihn noch. Ich schwör's dir. Was ist denn? Nämlich mit dem... Mit dem... Hammer! Hast du gesehen, wie er runtergefallen ist? Und so könnte man es schaffen. Ich will ihn mit dem roten Ding treffen. Nee, hör auf, sonst bin ich gleich tot. Scheiße, daneben. Nicht gut. Nicht gut. Komm mal her. Und da ist ein Hebel, den wir benutzen können. Oh, nee, ich bin tot. Mario, ich bin tot. Ich bin auch tot. Scheiße. Aber... Nein. Das ist eigentlich das... Läs... 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 Läs...